Hier ist es wichtig, ihre Rolle als Königin so zu nutzen, dass auch andere davon profitieren können. Und wenn es auch noch in ihre ehemalige Heimat Deutschland geht, umso besser. Ihre Majestät, Königin Sylvia von Schweden, ist gerade in Frankfurt zu Gast und eröffnet das erste Childhood House Hessens. Eine Anlaufstelle für Kinder, die sexualisierte Gewalt erfahren haben.